Geile Missionen eigentlich, aber nur das mit diesem, mit den Erdeschaufeldingen da, Bagger, das fand ich ein bisschen, ehrlich gesagt, assig, muss ich sagen. Und wenn du falsch bist, dann bist du, Amigel. Sehr lustig. Ja, wenn du die beiden erwähntest, dann wird dich verabschiedet, Mann. Richtig nach dir. Das ist das Geld? Alles, was wir haben. Okay, hier ist dein Kuss. Anfänger, dass die Verabschiedung der Verabschiedung der Verabschiedung der Verabschiedung ist, das ist ein großer Gewinn. Oh, ja, das ist ein großer Gewinn. Woo! Monster! Ich bin raus. Aber Agent Haynes wird mit euch verabschieden, um die Welt zu verabschieden. Wir haben deine Crew zusammen, okay? F***er Punk. Okay, wir müssen wahrscheinlich mit uns verabschieden. Oh, das Blöd wir verabschieden für die Sicherheit in diesem Land. Komm schon, Franklin. Mann, ich will mit dir nach Hause. F***er. Siebel? Serious? So, gehen wieder alle ihre Wege. Das Ding in Paletto. Kontrollpunkt Bronze nur. Okay, wahrscheinlich, weil ich so wenig Geld... Ja, kann ich mal wegmachen? Danke. So. Jetzt gehe ich aber auch wieder da hin. Weil dann die nächste Mission auf uns wartet. Nämlich bei Trevor. Zuhause. Hätte ich auch hinlaufen können, aber... Wer macht das schon heutzutage? Wer läuft denn schon hin? Ja, ich bin sicher. Können wir hier verabschieden, ich habe totalen Schmerzen gemacht. Ich habe wirklich schwer gemacht. Hör auf den Weg, woanders zu gehen? ... oder... 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 Okay, okay, he is pretty bad, but he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. And he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker, living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed? Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand, you understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor, the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Fuck. Man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Get a boat and meet me under Ratten Canyon Bridge. I'll be on the earpiece. Pull in the bus. Print on the bus. Print on the bus. Print on the bus. Okay. What do you have now? Okay, so I'm taking a car to steal a boat, stick up a train and get some gold. That's not size of it. Make it a fast boat. Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So, es ist wie Goldbricks auf dem Board, oder? Manchmal ist es ein High-Value-Kurier-Service genutzt von Meriweather. Oh, Meriweather? Tranquilo, Mike. Das ist kein Weapons-Train. Es ist gut, zu viel wertvolle, um für Air-Travel-Train. Gold. Manchmal, Gold. Manchmal, unsere Arbeit, priceless Antiquities. Manchmal, genug für dich, mich, Ron, und alle. Fine. Und hier ist sie, die Magical-Train. Ich habe ein Ticket. Hold'em. Mike? Oh, ja. Another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick'em up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. What have you turned into? Scheiße, was soll das denn? Oh, come on. Come on! Das ist gefährlich, was er da macht. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Oh, sehr schön. Ja, was macht er jetzt? Was? Ich darf Zug fahren? Das ist so geil, ey. Zug fahren. Hallo? Oh, schön. Boah, ist das geil. Zug fahren ist bestimmt... Boah, das ist... Wenn man das auch richtig machen könnte. Einen Zug entführen hier im Spiel. Aber ich glaube, das kann man nämlich nicht. Em! 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 Ich bin nicht weit weg. Du unter der Brücke. Ich komme jetzt in die Brücke. Okay, ich wechsle zu Michael. Automatisch. Verständlich. Oh, da waren gerade die Filmkameraden. Da gebe ich jetzt zur Eisenbahnbrücke. Ist das die kleine hier oder die große da hinten? Das ist, glaube ich, die große. Ja, das ist die große. Oh, die Wellen sind Schlangenhäuter. Aber krass. Wow. Da sind die andere Auto in der orange. Pläte die Bombe auf die Dörren und sie schaute. Jetzt, wenn ich ein speedfreak-kanimal war, würde ich ein Train zu schnauern schnauern? Don't du es smart, find das Lut. Unsere Moment der Juden ist schnell zu kommen. ich muss jetzt ganz oder lässt sich aber der holt jetzt das gold okay den habe ich schon mal rausgeschossen den fahrer habe ich auch rausgeschossen sehr schön den habe ich auch rausgeschossen um konzentriert dann habe ich da okay ich muss jetzt schießen ich muss jetzt schießen okay so da ist ein auto das auto ist jetzt echt ins wasser gefahren oder der nötig leck am strand an okay Aber es ist nicht der Strand, noch nicht. Undepende, ihr seht. Oh, ihr und ihr, oder? Weil von deinem Selbstbewusstsein. Hey, 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 hey! Hey, bevor du gehen, zeig mir die Lüte. Okay. Es ist perfekt. Perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't beat Edmund in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again, it'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, guess your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done.